Hi Leute, hier ist eure Scarlet Orisa zum heutigen Stream-Ankündigungsvideo für den 26.10., den Montag, hier in dieser Stream-Woche. Heute wird es welchen Community-Run geben? Ganz einfach, Birth by Sleep Ventus. Für die Birth by Sleep Community-Run-Regeln gibt es bereits ein Video, das werde ich in die Beschreibung verlinken. Der Community-Run wird um 19.30 Uhr starten, geht wieder bis 21.30 Uhr. Wenn es kleine Verschiebungen gibt, werden die hinten dran gehängt, aber ich denke, es wird keine großartigen Verschiebungen geben. Vielleicht 10, 15 Minuten, wenn irgendwas passiert. Und was wollte ich noch sagen? Achso, der Stream selbst geht um 18.30 Uhr los. Ich werde wahrscheinlich so kurz vor 6 Musik anmachen. Hat nur was damit zu tun, damit ihr euch schon mal sammeln könnt, damit ihr dann halt schon mal da seid und den Anfang nicht verpasst und so weiter. Aber ich werde vor 18.30 Uhr nicht anfangen, auch wenn der Stream schon vorher anfängt. Ich selber fange vor 18.30 Uhr nicht an, weil ich muss kochen. Ich muss jeden Tag kochen. Naja, was wird es heute in der Random-Section geben? Der Philipp wird wieder zu Gast sein und wir haben wohl vor, was bei Steam zu spielen. Ich habe es gestern schon mal angekündigt, was das sein wird. Für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, das ist eine kleine Überraschung. Vielleicht kommt ihr ja vorbei und seht es euch an. Hihi. In dem Sinne, bis nachher, Leute. Bye, bye.